Hallo Anne, das Champions-League-Spiel gegen Arsenal London steht auf dem Plan am 10.03. um 19.30 Uhr. Hast du irgendwas an die Fans, auch an die MSV-Fans zu sagen, warum die ins Stadion kommen sollen? Ja, also ihr solltet auf jeden Fall kommen, um wieder so eine ähnliche Atmosphäre wie beim Finale hinzukriegen und um uns einfach zu unterstützen, weil Arsenal London wird ein harter Gegner. Wer gewinnt das Spiel? Natürlich wir. Okay, danke.